Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. In diesem Video geht es um das Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Wie Sie und Ihr Unternehmen neue Dynamik gewinnen. Aus meiner Sicht ist das ein absolutes Standardwerk für Unternehmen, oder für Unternehmer, nicht für Unternehmen, für Unternehmer, die wirklich ein Unternehmen auch mit Substanz aufbauen möchten und wirklich Wissen über diese ganzen Kernbereiche benötigen. Auch er sagt, wie sehr viele andere Autoren, die darüber schreiben, wie wichtig Unternehmertum ist, wie wichtig es ist, Teamaufbau, aber vorher sich um seine eigene Persönlichkeit zu kümmern. Also gar nicht das Thema Business-Bücher lesen und Business optimieren, sondern erst sich selber, weil man selber ist der größte Hebel im Geschäft. Deswegen ist der erste Schritt, und das habe ich auch verstanden, nicht nur durch das Buch, sondern allgemein, aber das Buch belegt es nochmal. Erst kommt die Persönlichkeitsentwicklung, arbeite an dir selber, und dann mach ein Geschäft draus. Also nicht aus deiner Persönlichkeitsentwicklung, das kannst du, aber bau ein Geschäft, und das ist so dein Spiegelbild. Oder was heißt dein Spiegelbild? Dieses Geschäft, wie gut das funktioniert, ist quasi dein Anhaltspunkt, wie gut deine Persönlichkeit ist, weil das wird mit deiner Persönlichkeit mitwachsen. Für all die, die sich für dieses Buch interessieren, der Link zu dem Buch, der befindet sich in der Videobeschreibung. So, und ich muss sagen, es ist ein großes Buch, sehr umfassendes Buch, und ich muss auch sagen, es ist voll mit Wissen, aber mir ging es da, zu der Zeit, wo ich es gelesen habe, ich erinnere mich auch dran, das war auch eines meiner ersten Bücher, die ich gelesen habe, so ein bisschen stark ins, ja, es war schon so ein bisschen, es ist ein Buch, das ist so eine Mischung aus Praxis, aber auch Theorie, so als hätte man Springerbücher genommen, ja, und dann Bücher aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Businessaufbau, die sich wirklich so lesen wie Butter, und hätte daraus einen Mix gemacht, ja, was ich nicht schlecht finde, ja, weil sich so ein bisschen mehr an die Theorie halten, schadet ja nicht, dass man da auch mal den theoretischen Bezug ein wenig hat. Ansonsten würde ich sagen, empfehle ich das Buch definitiv, ja, für Leute, die sagen, ich möchte wirklich ein vernünftiges Unternehmen aufbauen, ich glaube, da wird auch dieses Buch alleine reichen, ja, so als quasi Anleitung, ja, wie gesagt, jeder, der sich für das Buch interessiert, der Link zu dem Buch ist in der Videobeschreibung, und wenn ihr Fragen habt, ja, schreibt sie mir gerne in die Kommentare, und ich werde darauf antworten. Eine Sache wollte ich noch sagen, ich hatte jetzt in dem Buch nicht allzu viele Nuggets gefunden für mich, weil zu der Zeit hatte ich noch andere Unternehmen am Laufen, ja, es war ja nicht mein Coaching-Unternehmen, sondern ich hatte eher so E-, ach, ich war im E-Commerce tätig, ja, ich habe Kunstobjekte verkauft, ich konnte da zu der Zeit noch nicht so viel damit anfangen, weil ich auch nicht so den Bezug zu der richtigen Persönlichkeitsentwicklung hatte, ja, weil das war so die Zeit, wo ich die ersten Bücher, wie gesagt, auch gekauft habe, und das war eher so, ich habe es eher so als trockene Anleitung empfunden, ja. Gut, aber das ist, wie gesagt, meine Meinung, ja, jeder darf sich ein eigener bilden, und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Macht's gut!